Kate Kolosowskaia scheint ihr Liebesaus gut zu verkraften. Vor wenigen Tagen gab die Influencerin bekannt, dass sie und Kainam Truong kein Paar mehr sind. In einer Instagram-Fragerunde betont sie, wie gut es ihr trotz der Trennung geht. Sie fühle sich wie ein Baby, sauber und sicher und bekomme langsam ihre Energie zurück. Als ein Fan fragt, warum sie nicht traurig sei, antwortet das Model, alles geschieht zum höchsten Wohl. Kate vertraut darauf, im Fluss ihres Lebens zu sein. Kurze Zeit nach ihrer Verlobung fragten sich Fans auch, was mit ihrem Diamantring passiert. Ihr Ex hat ihn bisher noch nicht wiederbekommen. Auf die Frage, wo der Brillant sei, antwortet Kate mit einem Zwinker-Emoji, er ist in einer Schublade. Warum genau sie sich trennten, wollte Kate nicht verraten. Mit ihrer früheren Beziehung zu Julian Zietlow sorgte sie für zahlreiche Schlagzeilen. Nach der Trennung kam sie mit Kainam zusammen, der im Dezember um ihre Hand anhielt. Trotz Gerüchte um eine Schwangerschaft stellt Kate klar, ich bin nicht schwanger und ich und Kainam sind kein Paar mehr. Nun können sich die Fans nur fragen, was als nächstes in Kate Kolosowskayas Leben passieren wird.